Rob Krier, der Augenzeuge, ist ein Kriminalroman, wie man ihn noch nie gelesen hat. Es geht um einen Detektiv, der auf eine Insel kommt und es passiert ein Mord. Und bis zum Schluss weiß man nicht, ist dieser Augenzeuge der Mörder oder ist er es nicht. Rob Krier hat eine besondere Sachlichkeit der Wahrnehmung und Darstellung, aber diese Sachlichkeit wird in eine oszillierende Vielfalt gebracht. Insofern ist der Roman sehr spannend zu lesen, sowohl in literarischer Hinsicht als auch als Kriminalroman.